Der Kurs als Testament Urgeschichten und Patriarchen geben mir einen vertieften Einblick in die Bibel. Zusammen mit der Begleitliteratur kann ich jetzt den Zusammenhang viel besser erkennen. Ich sehe viel mehr Parallelen zwischen den Geschichten und meinem eigenen Leben. Ich bin Gott so dankbar, dass er mir solche Offenbarungen schenkt. Durch den Kurs ist der Hunger noch mehr, noch viel mehr angefacht worden. Und ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Kurs. Insbesondere, wenn er wieder von so kompetenten Leitern gehen wird.